Willkommen liebe Clasher, heute extrem spannende und knappe Angriffe und das gleich zum Anfang. Nämlich mit dem Tim hier. Heute nehme ich im Video zwei Fledermauszauber-Angriffe, aber auch Elektro-Drachen-Loon, zwei Miner-Angriffe und ein riesenbowler Hexen-Kombinations-Fight aus der Top-Liga-Champ 1. Wie schon im letzten Video als Thema behandelt, scheint der Fledermauszauber im Rathaus-12-Umfeld nicht so richtig ausreichend geschwächt worden zu sein. Da ist glaube ich auch nur eine Fledermaus weniger beim Maximum gerade mal, denn einerseits sehe ich viele erfolgreiche Angriffe damit und auch sind unsere Base-Bauer immer sehr daran gelegen, dagegen zu bauen. Also primär bedeutet das Multi-Infernus, wobei nur Multi dennoch nicht ganz so immer ausreicht, denn auch mit einem Frostzauber kann man diesen Multi wieder aufheben, kostet aber eben nur ein Zauberplatz mehr. Ja, aber da scheiden sich die Meinungen, wie auch immer. Ich würde das mal so behaupten, auch wenn es uns zugute kommt, denn damit haben wir schon einige Dreier gemacht. Allerdings, wenn ein Zauber so derart dominiert, ist das irgendwie nervig, weil sonst finde ich das Balancing von Supercell richtig gut, denn da ist wirklich vieles möglich mit sehr vielen verschiedenen Truppenkombinationen. So, und hier hat er jetzt mal schön außen alles weggenommen, dass dann das Pathing für diese Riesentruppenkombination jetzt schön reinkommen kann. Wichtig ist jetzt den Boden richtig zu zünden, wenn das Rathaus down geht. Jetzt genau diese Megabombe holt nämlich die ganzen Loons runter. Auch jetzt diese Tornadofalle kann da nicht ganz so stark wirken, obwohl sie unheimlich lang ist. Auch die finde ich sehr beeinflussend, sehr schade, manchmal ist er einfach wirklich unheimlich zufällig. Auch schön hier gefrostet, diesen Feger, gleich mit dem X-Bogen zusammen. Nochmal gefrostet, auch super noch mit dem Magierturm zusammen, denn der kann den Loons ganz schön was einrumsen, weil es eben ein Flächenschaden ist. Sehr gut, trotzdem hat das gut gepackt. Unten sind ein paar Drachen dabei und oben hat er rechts noch einen Larki dazu gesetzt. Sehr gut, damit das wegkommt. Die Loons holen das hoffentlich gleich wieder auf, wenn denn die Elektro-Drachen hier bei den Lagern ein bisschen brauchen, denn nur zusammen sind sie wirklich stark. Da unten ist nämlich eine riesige Tesla-Farm. Hatte ich letztens schon mal erwähnt, das ist eine richtig böse Defense-Möglichkeit. Vor allem, wenn man da einmarschiert, hat man gleich einen Zunk. Auch zum Schluss ist das hier auch nicht so ohne. Schauen wir mal, das wird auf jeden Fall jetzt richtig spannend. Da ist nämlich nicht mehr so viel da. Der Magierturm geht auf die Loons. Die ganzen Drachen sind auf jeden Fall voll dabei, aber das sind keine Elektro-Drachen, die müssen alles einzeln kaputt machen. Immerhin ist der Worden dabei, wir haben drei Drachen noch übrig. Das Lager dauert wieder eine halbe Ewigkeit. So, jetzt ist auf jeden Fall erstmal ein Tesla da oben auch noch weg. Nur noch drei Tesla übrig mit dem Boogie-Turm. Aber die Drachen sind alle schon so angeschossen, beschädigt. Oben der Drache ist gestorben, unten sind zwei Drachen übrig. Zum Glück wird jetzt der Worden angevisiert und unten können die Drachen schön dazukommen und dann den ersten noch wegmachen. So, und da sind noch ganz wenige Drachen übrig. Der eine Drache stirbt jetzt nochmal und schafft er das? Boah, war das knapp. Das war der allerletzte Drachen und der hat auch nur noch einen Hauch überlebt. Wow, war das knapp. Geil, super. So, und noch ein Fight vom Knockout. Hier wieder mit Fledermaus-Zauber. Diesmal sind es fünf Fledermaus-Zauber. Und da geht er erstmal von links dran. Erstmal ganz entspannt hier erstmal durchatmen. Wieder mal erstmal mit den Larkis da drauf gehen und ein bisschen enger das Ganze zu machen, das Dorf. Denn die Drachen sollen auf keinen Fall so weit auseinander fliegen. Die Queen ist auch gut dabei. Elektro-Drachen links nochmal zum Funneln, so ein bisschen das seitliche alles wegzubekommen. Dass das Dorf nicht so breit erscheint. So, ich will ein bisschen schneller erstmal das wegfunneln. Das dauert nämlich sonst so lange. So, und dann die Queen gezündet. Hat auch gut geklappt. Die Queen holt jetzt auch noch die Luftverteidigung. Das war schon mal super wichtig gegen diese Drachen. King unten auch dazu. Unten nochmal einen Drachen dazu gesetzt. Und jetzt kommt der Hauptangriff von dort links unten. Worden mit dahinter. Und da muss er auch wieder warten. In der Mitte hat es erstmal gefrostet. Das Rathos ist zwar noch nicht an, aber der Luftweger ist böse. Und jetzt muss das Rathos angehen. Und da ist die Tornado-Falle. Jetzt hat er zum Glück noch den Worden gezündet. Hauptsache, da war die Riesenbombe und die hat Loons heruntergeholt. Und nicht zu knapp. Da war die Tornado-Falle wirklich böse. Aber, tja, wer konnte nur wehren zwischen Pest und Cholera. Entweder die Tornado-Falle macht dann die ganzen kaputt. Oder eben umgekehrt das Rathos, die Riesenbombe. So ist es halt so. Aber es ist doch nicht mehr ganz so viel da. Er hat ganz schön viel schon abgeholzt. Und ihr seht, das ist ein richtig starker Angriff. Drei Drachen massig noch an Fledermäusen übrig. Beide Helden noch übrig dort. Saugeil. Sehr schön vom Knockout. Als nächstes, meine Wenigkeit hat hier angegriffen. Da sind zwei Single-Infernos. Und da habe ich mir gedacht, kann ich die ältere Variante mit Riesenhexen und Bowler-Kombinationen. Wir sind doch von da oben aus rein. Diese Kombination hatten wir auch lange durchgesprochen. Wie das denn klappt. Helden dahinter, wenn denn die Ramme dort rein ist, dann auch den King dazu. In der Mitte den Sprung schon eher. Der dauert ja sehr lange. Gefrostet dort in der Mitte. Um auf jeden Fall dort diesen Magierturm und den Multi-Inferno dort zu erwischen. Da habe ich dann den Frost nicht ganz erwischt. Den Multi-Inferno hätte ich noch in der Mitte erwischen können. Den Gift sauber auf. Auf die Clan-Burg-Truppen rauf. Dann sind die auch jetzt ganz schön böse, weil da ist ein Eis-Golem drin. Naja, so ist es halt. Da war eben alles Mögliche gegen mich. So, jetzt kam die Megabombe. Den wurden richtig gezündet. In der Mitte nochmal ein Wut drauf, dass da richtig zur Sache geht. Jawohl, und das hat auch geklappt. Außen massiv Hexen-Bowler noch die Seite wegballern. In der Mitte noch den Sprung. Auf jeden Fall. Der war ganz wichtig. Der macht alles auf dort. Auch rechts kann die Queen rein. Das wäre nicht schlecht, denn diese Magiertürme sind übelst gegen diese außenliegende Kombination von Truppen. Mal sehen, wo die Queen jetzt gleich hin will. Denn die kann erstmal so noch einiges erreichen. Der Sprung wirkt noch. Ich hoffe, er wirkt noch lang genug, damit das noch wirklich durchreicht. Ich hoffe mal noch. Ja, die Queen geht jetzt oben rum. Geht erstmal auf jeden Fall den ersten Magierturm da wegmachen. Das ist schon mal richtig gut. Und dann hoffe ich, dass die Queen noch mehr wegmacht. Erstmal auf das dunkle Lager auch gut. Okay. Da ist noch der Bungiturm. Der stört nicht so ganz bei den Massenskeletten. Die Queen ist oben reingesprungen. Äh, ist das gut? Ich weiß es nicht. Ob der Single-Inferno, ob der so wichtig ist für meine Truppen. Wie auch immer. Die Queen holt den Single-Inferno noch raus. Kriegt die die Kanone auch noch weg. Das wäre natürlich super. Ja, das hat noch geklappt. Aber aus einer Riesenbombe auf diese Truppen, diese Hexen. Autsch. Der Magierturm schießt zum Glück immer schön rechts auf die Skelette und hat die Hexen dabei nicht erwischt. Sehr gut. Der wurde schön aus Entfernung dabei. Die Hexen können mit den vielen Skeletten gut däffen. Boah, wird das jetzt eng? Wird das knapp jetzt? Da ist nämlich noch ein Bombenturm übrig. Auweia. Und der ist wirklich böse. Genau wie ein Magierturm gegen diese Truppenkombination. Auweia. Wäre die Queen noch mit dabei gewesen. Oben die ganzen Skelette erwischt. Und jetzt schießt da nochmal der Bombenturm auf die ganzen Skelette. Alle Skelette weg. Und jetzt schießt der Bombenturm auf die Hexen. Nein, nicht auf die Hexen. Und die sind alle gestorben zusammen mit dem X-Bogen. Den Rest gegeben. Auweia. 97 knappe Prozente. Ach ja. So ist das Leben eben. Okay. Wollen wir nicht traurig sein. Immerhin sind 97 Prozente. So. Und der dritte und letzte Fight für diese Runde. Danach kommen nochmal Fights. Nämlich die Runde 3 war das jetzt hiermit. Gegen den deutschen Clan Bruderschaft 20. Das ist natürlich auch schon allein so schon für uns ganz wichtig hier zu gewinnen. Das Lokalderby zu packen. Die sind allerdings nicht einfach gewesen. Die haben sich wirklich wehren können. Denn auch sie haben natürlich erst dreimal hintereinander geschafft. Mindestens Platz 2 in der Liga zu sein. Sonst wären wir ja auch nicht in Champ 1. So. Und jetzt die Queen oben auch. Hat das super weggefunnelt dort. Die ganze Ecke. Und in Kombination mit dem ersten Killsquad dann das nächste sind 34 viele Miner. Sehr, sehr viele. So. Da ist der Babydrachen und der Klondrache unten mit dabei. Jetzt kommen wir von oben mit den ganzen Minern. Da ist ein weiter Weg bis zum Rathaus. Aber es müsste eigentlich packbar sein mit 34 Minern. Das muss doch zu klappen sein, da der Inferno ist ganz wichtig. Dort gehen die Miner gut drauf und haben den auch platt gekriegt. Oben ein Eisgolem losgegangen. Auch eine schöne neue Kombination mit dem Eisgolem. So eine tolle Sache. So neu. Wenn man mit Luft angreift, ist es dann eben nicht so schlimm. So. Und jetzt kommen dann die ganzen Miner tiefer zur Sache. Super, dass er da den Heilsauber drauf geworfen hat. Den Worden kann man immer noch zünden. Den hat er sich jetzt aufgespart. Ich hoffe, dass es nicht zu spät ist. Da. Jetzt hat er ihn gezündet. Sehr gut. Denn das Rathaus ist wirklich böse. Die Megabombe ist nicht so schlimm für die Miner. Und auch die Tornadofalle tangiert die Miner nicht. Die Miner sind sowieso eher wieder unter der Erde. So. Und jetzt ist da schon einiges weg oben. Die beiden Miner sind super kombiniert mit den Heilern im Heck. Und die gehen jetzt auf den Single entfernen. Und das wäre natürlich super, wenn sie den kaputt gehackt kriegen. Aber da ist leider auch der Bombenturm mit dabei. Die Heilerin hat es auch schon erwischt. Und der Miner hat es ganz knapp nicht geschafft. Aber dafür ist es der Worden jetzt fällig. Aber immerhin. Der Bombenturm ist schon mal weg. Dann haben wir da oben ein paar Miner dabei. Und unten sind noch massiv viele Miner. Schaut euch an, wie stark dieser Angriff ist. Richtig cool. Und ich habe euch ja gesagt. Richtig coole Fights. Und auch spannende mit dabei. Und es geht noch weiter. Erstmal das Ergebnis dieser dritten Runde. Gegen den deutschen Clan. Und wir haben 33 Sterne gepackt. Das heißt, 3x3 Sterne. Der Gegner hat 14x2 Sterne. Und nur einmal 1 Stern. Auch wieder ganz positiv zu sehen. Für unsere Basebauer. Denke mal, das war richtig stark. Und der Tim. Erfolgreichsten Angriff wieder mal. Okay. So, denn. Sehr merkwürdig, wie das immer so ausgewählt wird. Aber okay. Ist eben ein Automatismus dahinter. So haben wir auf jeden Fall hier siegen können. So, Krieg 4. Der Vierte gegen The Winner. Die haben wir ganz schwach eingeschätzt. Und es wurde uns, glaube ich, eines Besseren belehrt. Denn wir haben einiges eingekippt von denen. Die haben gleich am Anfang erstmal ein Dreier gesetzt. Gegen uns. Da waren wir sehr überrascht. Aber sie sind eben auch ein Clan, der es auch dreimal geschafft hat, hintereinander mindestens Platz 2 zu werden in der Liga. Und damit auch stark ist. So, Stone Slammer von rechts. Dieser Angriff war absolut wichtig für uns. Denn wir lagen hinten. Wir mussten unbedingt einen Dreier schaffen. Denn wir hatten einen 1 Stern Angriff. Leider gemacht selber. Und deswegen war der so super wichtig. Und ihr seht auch, wie komplex dieser Angriff ist. Mit Clone Zauber von links. Mit King. Dann einen Päcker da unten zum Außen unterstützen. Dann die ganzen Miner dabei. Volles Risiko. Gegen überliegendes Rathaus alles angesetzt. Diese ganzen Truppenkombinationen. Die Queen mit dabei. Die können schön dort außen wegfunneln. Bekommt einiges dort raus. Die ganzen Miner dort in der Mitte. Dann die ganzen Skelette. Hier ist ganz wichtig. Die Skelette müssen ganz schnell sterben. Manchmal dauert das eine halbe Ewigkeit. Und zum Glück haben die Miner mal parallel die Skelette angegriffen. Und nicht alle Miner immer auf ein Skelett. Was leider auch sehr oft vorkommt. Super gelaufen. So, endlich ist der Adler auffällig. Denn der teilt auch mordsmäßig aus. Ich quatsch hier wie am fließenden Band. Aber es sind so viele Sachen. So spannend hier. Das ist wirklich der Hammer. Und das war so wichtig, dass wir hier einen Dreier machen. Wir mussten unbedingt das packen, um das wieder auszugleichen. So, und dann ist er am Rathaus dabei. Und auch wieder ganz viele Skelette. Gift hat er auch noch drauf gesetzt, wie man sehen kann. Und endlich kommt das Rathaus weg. Tornadofalle tangiert die Miner nicht. Und die Riesenbombe war nicht schlimm. Da waren die Miner schon untergetaucht. Die Queen ist noch mit dabei. Der Hund ballert die ganze Zeit auf diesen Päcker. Das ist spitzenmäßig. Denn die Queen muss sich dann mit den Sachen nicht beschäftigen. Mit dem Hund. Und ganz starker Angriff. Top gemacht. Da waren alle im Chat und Discord super zufrieden, dass das wieder aufgeholt worden ist. Super gemacht. Ja, und noch ein Angriff vom Ole gegen The Winner auf die Nummer 10. Bei diesem Angriff, man sieht schon, hier ist doch mal ein Single-Inferno. Oben hat er mal getestet, was denn da so alles steht. Und zwei Multi-Infernos. Die meisten nutzen jetzt wirklich nur noch Multi-Infernos, um gegen diese Fledermaus-Bande anzukommen. Die beiden Bowler laufen super. So ganz toll ausgedacht hier, mit den Bowlern zwei Gebäude hintereinander wegzubekommen. Das ist schlecht gebaut. Meiner Meinung nach, da oben drüber ist es besser. Da ist nämlich dann der Sammler und ein Lager dahinter. Viel besser. Okay, hat der Gegner uns dieses Mal ein bisschen geschenkt. Zwei Bowler hat es nur gekostet. Da oben ist jetzt dann der Elektro-Drache hin. Da springen jetzt die Blitze auch weit über. Da muss man dann irgendwann auch mal zwei Platz machen zwischen den Gebäuden, damit diese Blitze nicht so ewig überspringen können. Denn unsere Base-Builder bauen auch gegen Elektro-Drachen. Denn damit können wir auch sehr erfolgreich sein. Ich glaube, das macht auch unser Clan aus, dass wir ganz viele verschiedene Truppenkombinationen hinbekommen. Also, dass wir dann sehr flexibel sind. Ich selber kann da, glaube ich, nur zwei verschiedene Taktiken wirklich gut. Aber bei uns im Clan gibt es dann doch einige mehr, die noch viel mehr Kombinationen können. Und das finde ich wirklich stark. Und das macht auch den Clan aus. Die Vielfältigkeit, finde ich, ist wirklich top gegeben. So, und jetzt oben kommen die ganzen Elektro-Drachen und die Loons. Ich hoffe, die kommen dann noch zu nah zu bis an das Rathaus dran. Denn dort muss dann der Worden gezündet werden. Bei mir eine Kernsache. Und jetzt muss die schon eher zünden. Denn die bekommen so viel Gegenwehr. Schaut drauf. Ach, du weinig. Das ist auch noch die Tornado-Fallert. Und noch gefrostet dabei, das Rathaus. Und guckt mal auf die Loons, wenn jetzt die Megabombe losgeht. Und da sterben einige und kriegen ganz schön Schaden ab. Aber was sollte er tun? Am Anfang haben die Truppen so viel abbekommen. Wieder die Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Ach ja. So, die Elektro-Drachen mit dem Stone-Slammer. Der ist noch halb voll. Immerhin. Der kann sich nicht so schnell vom Himmel holen lassen. Der hat einen Mods möglich. Der kann eine Menge ab. Schön gefrostet hier. Dann der Stone-Slammer weiter hier auf die ganzen Truppen drauf. Und wird das hier noch ein Dreier. Das wird natürlich super spitze. Und dann die Drachen. Der Stone-Slammer in Front. Der geht gleich hoch. Oben nochmal gefrostet. Schaut mal. Drei Elektro-Drachen. So viel Loons übrig. Top-Absolut-Spitze vom Ole. Denn auch ihn hat es auch mal erwischt mit nur einem Stern in einem Angriff. Das war wirklich spitzenmäßig. Das kann eben jeden treffen. Ja, und somit haben wir dann 31 Sterne gegen The Winner. Zweimal drei Sterne hat der Gegner auch geholt. Aber er hat eben zweimal einen Stern gemacht. Und da sieht man, wie wichtig sind zwei Sterne. Super wichtig. Und dann haben wir auch mit der Gesamtzerstörung auch nicht so viel gepackt. Da war der Gegner besser. Er hatte ganz viele 99% auch mit dabei. Wir waren sehr überrascht über diesen Gegner. Wie stark der wirklich auf einmal doch noch war. Denn er hat vorher immer verloren. Und das kann man auch sehen. Und wir sind Platz zwei jetzt damit gelandet. Durch den Win vor der Bruderschaft. Die haben dann eben jetzt einmal verloren gegen uns. Und wir haben eben mehr Sterne geholt. Zweimal mehr. Und ihr seht unten, der Winner ist ganz unten. Das ist echt übel. Sie haben wieder verloren. Sie haben ganz knapp immer wieder verloren. Die tun mir echt leid. Tja, und hier kann man auch sehen, die Kombination von den starken Clans. Nämlich dieser Level 8 asiatische Clan in Gelb gehalten. Der hat jetzt auch nur ganz knapp verloren. Nämlich gegen die Kampfzelle. Gegen die wir wiederum gewonnen haben. Aber dieser Clan scheint, dieser asiatische Clan scheint sehr stark zu sein. Und Unarab hat auch nur ganz knapp. Naja gut. Die haben auch nicht so viel gewonnen. Die haben oben gegen diesen starken asiatischen Clan viel mehr Sterne geholt. Das ist schon sehr komisch. Wie durchgemischt das hier läuft. Wie durcheinander das hier ist. Dass hier nicht nur einer dominiert. So ein bisschen UN-Arab ist schon komisch. Dass die immer dann noch stärker werden, wenn es darauf ankommt. Okay. Wir wissen nicht, was dort ist. Wir wollen nicht spekulieren. Die nächste Runde steht an. Gegen Mayan Empire sind wir jetzt dran. Und dann haben wir nochmal leichten Gegner. Und dann zum Schluss den starken asiatischen Gegner. Ich hoffe, das kriegen wir noch hin. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Schön, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Bye, bye.